Jetzt braucht er Trost Tobias Werner hat seinen Job bereits in Regensburg, Foto Imago begonnen es ist die Wochen des großen Abschieds vom Second Division Club SSV Jan. Die Tatsache, dass laut Club-Legende Mersat Selimbegubis jetzt auch Sportdirektor Tobias Werner gehen muss, aber das ist nicht genau so vorhersehbar. A Bang! Laut laut, um Informationen des mittleren Bayerns zu erhalten, wird der Ex-Professionelle überraschenderweise durch Ex-Jahntrainer Achim Bayerloza ersetzt. Diese Personalarbeit im Club, die in der kommenden Saison in der dritten Liga beginnen wird, hat alles, es war nicht Selimbegubis, sondern letztendlich als Gewinner des Machtkampfs. Aber jetzt ist auch für den 37-Jährigen Bayerzer ist in Kürze präsentiert zu werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017